Hi Leute! So, es ist Dienstag. Die Große ist im Kindergarten, die Kleine blabbert vor sich hin und ist eigentlich am Einschlafen. Unsere Nacht war nicht so dolle. Ja, ich bin irgendwie von der einen zur anderen gewatscht, mal wieder. Mirjana hat gerade so eine Phase. Ich habe das gestern schon auf Instagram geschrieben. Ich weiß nicht, Mama ist doof, sie mag nicht essen, gar nichts, alles schmeckt nicht, alles doof. Ja, wir trotze frech ab und an und Katastrophe. Naja, ist alles nur eine Phase. Die Kleine hat sie ja gerade im Schub, das wisst ihr ja. Gestern wollte sie irgendwie gar nicht einschlafen, kam gar nicht zur Ruhe, hat immer wieder aufgeschrien. Das waren, glaube ich, auch nochmal Koliken, obwohl ich dachte, die sind jetzt eigentlich bald mal vorbei. Naja, ja. So, ich wollte euch jetzt eigentlich meinen Frühstück zeigen. Das ist dieses hier, ich habe schon genascht von Gurke und Tomaten. So, Vollkorntoast mit irgendeinem komischen Schinken, den ich gekauft habe, weil ich dachte, der sieht lecker aus. Aber irgendwie schmeckt der nicht so, weil jetzt langsam muss er mal weg, deswegen habe ich den jetzt draufgeknitzt. Ja, Meckertante, was ist hier los, Meckertante? Ja, was ist hier los, Meckertante? Ja, ja, was? Wolltest du nicht einschlafen? Wolltest du nicht einschlafen? Aui. Sie hat übrigens das Haareziehen entdeckt und das in die Backe kneifen. In die Backe kneifen kannst. Das tut weh, gell? Das tut weh. Aua. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Das freut dich, gell? Ah, lass mal los, Schatzi. Was machst du? Du hast dich voll hier verheddert. So, ich hole mal schnell mein Frühstück mit hierher, sonst komme ich nämlich wieder überhaupt nicht zum Essen. Gell? Dann lacht sie. Was bist du für ein Frechdachs? Guckt mich genau an beim Essen. Macht den Mund auf, wenn ich den Mund aufmache. Sie beobachtet jetzt schon ein bisschen länger so, wenn man isst. Hat sie vorher nicht interessiert, aber jetzt langsam fängt das an. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wann eure Babys das erste Mal Brei bekommen haben. Beziehungsweise so die Anzeichen gemacht haben. Da geht es ja echt nicht nach dem Alter, sondern eigentlich wirklich nach dem Baby. Und ich möchte hier auch nicht wissen, was die Experten sagen. Das weiß ich selber. Ich möchte einfach nur eure Erfahrungen wissen. Mit euch mich so ein bisschen austauschen. Geh leh, meine Fräulein nimmer seid. Ich habe letztens mal geguckt. Ich bin ganz runter gescrollt auf Instagram. Das mache ich auch schon ewig. Da ist noch alles von Milena drin. Und da, wenn ich mich gerade nicht täusche, war es genau der Tag, an dem sie vier Monate alt geworden ist. Da haben wir es das erste Mal ausprobiert. Aber Gemüsebreie konnten wir absolut vergessen. Wollte sie gar nicht. Und dann haben wir mit dem Kinderarzt besprochen, dass wir dann mit dem Abendbrei anfangen. Auch damit sie eventuell länger satt ist und halt besser schläft. Hat nicht funktioniert, aber ein Versuch wäre es wert. Und dann haben wir erst mit so Abendbrei angefangen. Genau. So war das bei Milena. Und eben. Mit vier Monaten. Sie hat aber auch schon richtig dolle beobachtet und auch immer den Mund aufgemacht. Teilweise geschmatzt. Da kann ich mich noch so gut daran erinnern. Genau. Und dann haben wir es einfach mal ausprobiert. Ja, und bei meiner Fräulein nimmer seid, könnte ich mir vorstellen, dass es ganz ähnlich verläuft hier. Fräulein nimmer seid. Nur eigentlich würde ich es echt gerne noch ein bisschen rausschieben, weil sie halt irgendwie schon ein Speckbaby ist. Du bist ein Speckbaby. Gell? Das müssen wir nicht noch provozieren, dass da noch mehr Specki drankommt. Aber was soll ich machen? Wenn sie nicht satt wird, richtig? Dann muss sie halt mehr trinken. Das kann man ja nicht ändern. Ach, du bist ein hübsches Baby, gell? So soll ein Baby aussehen. Ein gesundes Speckbaby. Ja. Mal gucken. Wir haben ja morgen die U4. Oh, ich bin schon so gespannt. Mal gucken, was der Arzt dann sagt. Ja. Heute passiert auch gar nicht so viel. Milena ist heute auch gar nicht daheim. Die ist im Kindergarten. Dann holen wir sie kurz ab. Ziehen uns eventuell nochmal um. Also sie sich. Dann nimmt sie ihr Geschenk. Und dann geht sie ab zur Kindergeburtstagsfeier. Bis heute Abend. Da werde ich sie auch dann gar nicht mehr sehen. Weil da wird der Papa sie dann abholen. Und ich bin dann schon bei der Arbeit. Genau. Es ist auch absolutes ekliges Regenwetter. Und eigentlich ein Tag fürs Bett. Und ich denke, ich werde den heute auch echt mal nutzen. Und für mich ausruhen. Im Shop ist alles erledigt. Da habe ich gestern einiges an Bestellungen abgearbeitet. Es gibt jetzt inzwischen übrigens Kinderwagenketten. Kinderwagenketten. Nur in diesem Moment jetzt habe ich es noch nicht geschafft, die reinzustellen. Das wollte ich auch noch machen. Naja, vielleicht komme ich da später noch dazu. Ja. Äh. Genau. So. Ich habe fleißig aufgegessen. Und würde jetzt am liebsten irgendwas dieses bisschen da herschieben. Aber bevor ich da jetzt weiter drüber nachdenke, nehme ich mir jetzt hier einen Flugtee. Und schmeiße mich in Sportklamotten. Und absolviere mein Programm für heute. Ich mache ja das Baby-Belly-Fitness-Programm, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Alle Infos dazu in der Infobox verlinkt. Ich konnte für euch übrigens auch 10% Rabatt ergattern. Das ist echt toll. Und momentan sind die Programme auch reduziert. Also könnt ihr echt ordentlich sparen. Ich muss an der Stelle nochmal kurz reinswitchen. Ich habe nämlich ganz, ganz tolle Neuigkeiten heute bekommen. Und ich freue mich total für euch. Das Baby-Belly-Fitness-Team hat jetzt nämlich eine Aktion gestartet. Und zwar nennt sich das Ganze Power Mami 2018. Und da bekommt ihr jetzt das volle 12... Das volle 12-Wochen-Programm für 19,95 Euro monatlich. Leute. Das sind dann 3 Monate. Also sind wir bei 60 Euro. Und jetzt könnt ihr mal gucken. Das 12-Wochen-Programm kostet momentan reduziert 219 Euro. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich freue mich total. Ihr könnt... Was noch dazu und was ganz wichtig ist. Ihr könnt zum jeweiligen Monatsende dann das Ganze auch kündigen. Da reicht dann eine kurze E-Mail dafür aus. Ich setze euch auch die E-Mail-Adresse vom Baby-Belly-Fitness-Team in die Infobox unten rein. Baby-Belly-Fitness-Team. Wenn ihr den Zugang für die Aktion haben möchtet, dann funktioniert es nämlich auch nur über die E-Mail-Adresse. Auf der Website steht das Ganze nicht zur Verfügung. Genau. Oder auch wenn ihr einfach irgendwie mal euch informieren wollt unverbindlich oder irgendeine Frage habt oder so. Die sind da so, so lieb und helfen euch auf jeden Fall weiter. Genau. Und ansonsten... Muss ich nochmal gucken, ob ich hier alles erzielt habe, was ich erzählen wollte. Das habe ich noch vergessen. Und zwar ist es eine zeitlich limitierte Aktion. Also wenn ihr davon profitieren wollt, dann am besten sofort. Und es gibt auch nur begrenzte Zugänge von diesen Special-Zugängen. Genau. Aber ich finde es klasse. Ich hoffe sehr, ihr freut euch. Ich finde es so, so toll. Und sage an der Stelle auch Danke an das Baby-Belly-Fitness-Team. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem Vlog. Ich finde das Programm super. Ich habe letztens auch einen Kommentar bekommen. Von wegen, Jessie, pass auf. Nicht, dass die Milch dann weggeht und so. Ja, weil gerade bei Ernährungsumstellungen und so sollte man schon aufpassen. Aber es sind alles Rezepte, die natürlich auch... Wo natürlich auch bedacht worden ist, dass die Mütter zum Teil halt auch noch stillen. Also das ist schon alles berücksichtigt. Das wurde mit Hebammen entwickelt, das Programm. Und da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Genau. So, dann schmeiße ich mal den Laptop an. Schmeiße mich in andere Klamotten. Und dann geht's los. 6, 5, 4, 3, 2, 1, und stopp. Da war gerade so eine Beinübung dran. Aha, das brennt. Und jetzt geht es weiter mit Ausfallschritten. Na super. Ganz, ganz leicht komme ich gerade ins Schwitzen. Jetzt gibt es das Abwärmen. Moment, ich habe ganz, ganz kurz Pause. Das habe ich bisher so ein bisschen vermisst. Aber jetzt, ich freue mich so. So, fertig. Das hat so gut getan. Oh, ich liebe es. So, und jetzt ist die Maus tatsächlich eingeschlafen. Ganz pünktlich. Und ich werde mich jetzt einfach in die Badewanne legen. Das muss auch mal sein. Ich habe was hier schon wieder genannt. Und jetzt auch ein Armbach. Schön, oder? Klitschnass ist immer. Melena ist klitschnass jetzt beim Geburtstag angekommen. Und die Mama ist klitschnass wieder zu Hause. Nur das Baby, das hat natürlich nichts abbekommen. Hat sehr ruhig geschlafen, seit ich mir den angeholt habe. Also eine Stunde. Ist jetzt wieder hellwach. Ja. Freut sich, dass Mama sich jetzt nicht ausruhen darf. Ich darf eigentlich, wir schlagen jetzt zusammen, Runde. Nö, machen wir nicht. Gut. Boah, das war ein Chaos jetzt. Ich habe die Adresse eingegeben im Navi, in meinem Handy. Und erst mal die Nummer 1 statt die 11. Ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt. Und dann denke ich so, ne, der Name stimmt nicht. Und dann habe ich meine Freundin angerufen. Die Töchter sind nämlich auch eingeladen. Hatte gemeint Nummer 11. Okay, habe ich auch im Navi eingegeben. Oh, du spuckst. Was machst du denn hier? Ja, und wieder lachen. Was wäre das denn für eine Bombe? Ähm, ja. Dann bin ich zurückgefahren eben. Es hat mich zurückgeschickt. Hat aber nicht gestimmt. Und da war auch eine Nummer 11, aber es war nicht die richtige. Habe ich erst mal geguckt. Mist, wo parke ich jetzt? Weil da konnte ich nicht stehen bleiben. Bin ich natürlich noch ein Stück weiter um die Ecke. Habe da geparkt. Wieder Baby raus und Kind an die Hand. Sind wir da hingelaufen. Hat der Name auch nicht gestimmt. Und inzwischen war meine Freundin schon da. Die ist auch hin und her gefahren, hat es gesucht. Und ja. Irgendwann haben wir es gefunden. Dann sind wir dann hinterher gelaufen dem Auto. Die waren nur viel schneller als wir. Aber wir haben es gefunden. Und dann alles wieder hochlaufen. Und das Beste ist ja, es war eigentlich nichts, als wir los sind. Und dann steigen wir das zweite Mal aus. Auf einmal schüttet es ohne Ende. Wirklich. Es läuft das Wasser die Straßen lang. Ich habe glitschnasse Füße. Milena hatte glitschnasse Füße. Die musste jetzt erstmal eine Strumpfhose vom Geburtstagskind nehmen. Oh, was ist das? Mama hat immer so ein Glück. Und Hagel noch. Zum Glück habe ich so einen Riesenschirm zu Weihnachten geschenkt bekommen. Einen Riesenschirm? Da ging das noch einigermaßen. Wir wären nur fast weggeflogen. Oh Gott, ey. Jetzt muss ich erstmal meine Socken umziehen. Die sind wirklich durch. So, ich habe Feierabend. Ich hasse diese Dunkelheit. Ich war übrigens eben auch schon mal so alt. Und dann fällt mir so auf, dass ich meine Tasche vergessen habe. Ist mir aber auch wahrscheinlich nur aufgefallen, weil ich filmen wollte. Sonst hätte ich die wahrscheinlich da liegen lassen. So, jetzt geht es nach Hause. Wir haben 8 Uhr durch. Guten Morgen, neuer Tag. Und es gibt Neuigkeiten. Zum einen wurde die Besichtigung von der Maklerin gestern spontan noch abgesagt, weil es da irgendwie einen Streit gibt mit der Garage. Also, bei dem Haus sind eigentlich zwei Garagen dabei. Aber irgendwie will der Verkäufer die nicht mitverkaufen. Und ohne Garage kann er es irgendwie gar nicht verkaufen. Blablabla. Da ist irgendwie ein Streit und das muss jetzt erst geklärt werden. Und deswegen, ähm... Ja, hat sie jetzt abgesagt. Okay. Ähm... Vielleicht soll es ja einfach nicht sein, weil wir ja immer noch auf eine Antwort wegen der Wohnung warten. Mal gucken. Ja, die zweite Neuigkeit. Ich habe Muskelkater von oben bis unten wirklich. Ich spüre Muskeln, die ich noch nie gespürt habe wahrscheinlich in meinem Leben. Oh mein Gott. Aber genau dieses Gefühl, das brauche ich, einfach um motiviert zu bleiben. Das hat mir bisher auch gefehlt. Gut, das ist jetzt erst die zweite Woche. Aber, ähm... Ja, irgendwie... Das gehört dazu und ich brauche es. Und jetzt fühle ich mich auch trotz Schmerzen irgendwie voll gut. Naja, ähm... Ja, das war so alles jetzt. Ähm... Ich wollte euch jetzt mal noch zeigen, äh... Ob man schon einen Unterschied sieht, ähm... Im Vergleich zu der Aufnahme, bevor ich mit dem Sport angefangen habe. Das ist jetzt morgen zwei Wochen schon her. Also innerhalb von zwei Wochen, ob sich da schon was getan hat. Wenn ich so in den Spiegel schaue, meine ich ja. Und jetzt gucken wir einfach mal zusammen. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ich habe das Gefühl, die Muskeln hier oben, die ja schon mal wirklich da waren, Ähm... Die sieht man jetzt schon wieder deutlicher. Und ich habe das Gefühl, so im Gesamten ist es auch so ein kleines bisschen schmaler. Jetzt werden sich sicher einige fragen, wie es denn mit dem Gewicht aussieht. Ähm... Das kann ich euch leider gar nicht beantworten, weil es schon immer so war, dass ich mich nicht wiege. Wenn ihr das erste Video zu diesem ganzen Thema hier gesehen habt, lasse ich euch gerne nochmal in die Infobox. Dann wisst ihr, dass ich mich gewogen habe. Hatschi! Ja, aber das ist einfach nur für den Vorhaber-Vergleich. Dadurch, dass man beim Training ja auch Muskeln aufbaut, die mehr wie die Altschöpfe, ähm... Kann man da dann auch sowieso wieder nicht drauf zählen. Und ich gebe sowieso nichts auf so eine Zahl, die mir da angezeigt wird. Ich gucke in den Spiegel, entweder fühle ich mich wohl oder eben nicht. Und dann tue ich was. Oder eben nicht. Genau. Also das war bei mir schon immer so. Und ja. Heute steht wieder eine Einheit auf dem Plan. Diesmal ist es Rückbildung. Das Gute ist, dass man sich die Einheiten selber einteilen kann, wie man möchte, wie man Zeit findet, wie es passt. Bei mir ist es so, ich brauche einen festen Plan. Weil wenn ich sage, okay, ich gucke mal, wann es irgendwie passt, dann funktioniert das bei mir nicht so ganz. Deswegen habe ich mir jetzt die Tage Samstag, Montag, Dienstag und Mittwoch ausgesucht. Und da mache ich dann immer meine Einheiten. Und wenn ich mal jetzt Donnerstag oder Freitag auch noch Lust habe, dann kann ich das Ganze nochmal wiederholen. Und genau. So funktioniert das bei mir am besten. So, jetzt wird aber aufgehört zu bläppern. Wir machen uns jetzt fertig. Wir müssen nämlich auf in den Kindergarten. Yeah! Wie groß ist Kilian? Wie groß? So groß! So, wir zwei machen uns auf den Weg und gehen Milena Maus vom Kindergarten abholen. Ich nehme euch mal mit. Ich wollte euch nämlich noch die Kinderwagenkette zeigen. Von der kleinen Maus hier. Gehle. Die sind ja neu eingezogen. Das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Aber ich zeige es euch mal. So, wir sind gerade von der Untersuchung mit der Lahase gekommen. War alles in Ordnung soweit. Die Maus wurde halt auch das erste Mal geimpft. Ich will jetzt gerade mal gucken, wie die Maße bei Milena damals waren. Oh Mann, schaut jetzt mal bitte auf. Hab ich gerade nicht so eine Laune dafür. Also, ich habe jetzt eben mal geguckt, wie das aussieht mit den Maßen. Milena hatte die gleiche Maße zwei Monate später bei der U5 erst. Kilia war zwar jetzt spät dran mit der U4, aber trotzdem. In zwei Monaten hat sie dann auch wieder ein bisschen mehr auf den Rippen. Also, Kilia wiegt jetzt 8 Kilo. Und ist 65 Zentimeter groß. Der Arzt meinte, wir müssen uns gar keine Gedanken machen. Sie ist von der Größe her quasi an der Linie. Und vom Gewicht halt genauso. Also quasi alles normal. Aber irgendwie hört man von allen Seiten immer wieder, wie toll speckig sie doch aussieht und so. Nee, aber er meinte... Ja, aber wenn ich das jetzt mit Milena vergleiche, Milena war ja wirklich von so einem Propperle. Naja. Milena sagt, wir wollen uns keine Gedanken machen, machen wir uns auch keine. Und ansonsten war alles super, hab ich glaube schon gesagt. Wir sind jetzt gerade am Kochen. Heute gibt's Hähnchen Curry mit Reis. So, das Fleisch und die Paprika sind schon mal hier am Anbraten. Und der Reis kocht auch schon. Da ist übrigens das Pflaster. Das haben wir auf der anderen Seite nochmal. Hier. Okay, gab ja zwei Pixies. Die kleine Maus ist ziemlich weinerlich. Aber Fieber oder so hat sie bis jetzt nicht. Also ich denke, das wird, hä? So, hier wird jetzt gerade der Schlafanzug angezogen. Milena hat sich auch schon fleißig umgezogen. An der Stelle verabschiede ich mich jetzt auch. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, geht der Freunde uns. Was ist denn los, kleine Mausi? Okay, sie hat zwei Impfungen bekommen. Was soll denn los sein, hä? Mein Baby. Mama hat so mitgelitten. So, so tolle. Sie hat sich auch nicht beruhigt. Also das war, war echt was, hä? Bei Milena, die hat immer eine Impfung gekriegt. Ich habe sie dann hochgenommen und dann war Ruhe. Bei ihr nicht. Ich konnte sie dann fast gar nicht anziehen. Sie hat alles zusammen geschrien. Und hat nicht mehr aufgehört. Erst als sie dann wusste, okay, jetzt sitze ich in der Schale, jetzt gehen wir. Da war sie dann wieder ruhig. Also wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.